Du hattest recht mit dem Ende von Lost. Es geht nicht darum, was man soll oder muss. Es geht nur darum, seinen Frieden zu finden. Und die, die man liebt, von Herzen zu lieben. Du hattest recht mit dem Ende von Lost. Es geht nicht immer um den besonderen Schluss. Es geht um den Anfang und das, was passiert. Und dass man die, die man liebt, nie vergisst und verliert. Du hattest recht mit dem Ende von Lost. Du hattest recht mit dem Ende von Lost. Ich vergesse den Schmerz, ich vergesse die Hater. Es geht um den Kuss, wir sehen uns später. Es geht nicht um den Kuss, wir sehen uns später. Es geht um den Kuss, wir sehen uns später. Und wir sehen uns später. Vielen Dank.